Herzlich Willkommen zur weiteren Folge hier in Thüringen. Wir werden jetzt heute noch ein bisschen Gras aufpflanzen und dann Kühe versorgen. Eine Möglichkeit, wir haben den Trigger noch nicht gefunden. Aber wir sehen vielleicht im Laufe des Tages. Mein Kollege macht ein bisschen Holz in deinen Wald, hoffe ich. In deinem Wald. In seinem Wald. Ich mache ein bisschen Gras hier rein. Die Kühe mögen hier Gras. Wir sind hier immer versorgt. Ganz leicht, bevor sie verhungern. Fertig. Wir kommen jetzt zur Kühe rein. Was heißt? Wöde auch nicht, aber es kommt bald. Ja, ich kann mal den Pumpen anladen, ja. Und den Pumpen anladen. Ja, ich kann aber aktuell... Ich kann nicht die Luft. Ja, und den Pumpen anladen. Und da ist die Luft. Und den Pumpen anzuwarten. Und den Pumpen anzuwarten. Ja, das ist die Luft. Ich bin wahrscheinlich mal der Zeitraum. Oh, nein. Ich muss noch mal probieren. Ja. Einmal ein Stück. Ja. Wahnsinn. Die Zeit alleine war ja fast länger gedauert. Ja, weil die Zeit bei der Arbeit auch wieder schlafen will. Das war toll, oder? Ja. Nach Motto, ich bin grad da. Ach, kann ich mir dagegen? Ja. Aber anscheinend. Das ist halt wie gefühlt sein. Vor allem, wenn ich hier was verkaufe, die sind immer gerne auch real hart. Drei. Hier ist alles auf dem Weg. Das ist auch nicht so geil. Its' hier! Okay, weiter! Oh, okay. 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 Okay. Oh, okay. Okay, Oh, okay. Oh, okay.